Weihnachten von Robert Gernhardt. Ich bin Erika. Jetzt kommt Weihnachten. Ich schenke Vati ein Tischfeuerzeug zu 22,50 Euro. Vati schenkt Michael Tennisschläger zu 22 Euro. Michael schenkt Mutti eine Shell-Maschine zu 19,70 Euro. Mutti schenkt mir CDs im Wert von 18 Euro. 4,50 Euro muss ich noch bekommen. Von wem? Ich bin ja so gespannt auf Weihnachten. Ich bin ja so gespannt auf Weihnachten.